Du hörst den Genius Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und der Titel dieser heutigen Folge lautet Diese Alleinstellung macht jedes Startup-Geschäftsmodell erfolgreich. Wenn du also gerade darüber nachdenkst, ein neues Unternehmen aufzubauen oder vielleicht bereits ein etabliertes Unternehmen hast und dir noch so ein Impuls fehlt, wie du die letzten Kunden auch noch überzeugen kannst, dann ist dieser Universalschlüssel, den ich dir heute nennen oder von dem ich dir heute berichten werde, super interessant, solltest du dir unbedingt anschauen. Und wenn du möchtest, dass wir darüber in Austausch gehen, dann komm noch zu uns in die Genius Alliance University. Dort findest du andere Unternehmer und Unternehmerinnen, Mentoren, Business Angel, Investoren und wir haben jede Menge Möglichkeiten, dort eine Interaktion herzustellen. So, wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's los hier. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn aus Smart genial wird, wenn aus vertrauensvoller Kooperation eine Allianz wird, dann kommt zusammen, was zusammen gehört. Entdecke den Digital Leader in dir und übernimm die Führung deiner digitalen Business-Welt. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Um es jetzt noch etwas spannender zu machen, erzähle ich euch so ein bisschen, was ich beobachtet habe, weil das ist natürlich wichtig, so eine gewisse Herleitung, um zu verstehen, was ich euch heute mit auf den Weg geben möchte. Und zwar, was ich beobachtet habe, nehmen wir mal so die letzten fünf Jahre, ist der dramatische gesellschaftliche Wandel, in den wir hineinleben. Vielleicht kriegen wir das gar nicht so mit, weil wir irgendwie so den ganzen Tag mit unseren Daily Businesses und so weiter beschäftigt sind. Aber es lohnt sich, da einfach mal, vielleicht auf einem Spaziergang, in einer Meditation oder einfach mal in einer Ruhe-Situation darüber nachzudenken und zu sagen, okay, vor fünf Jahren, was war da? Nimm mal den Kalender raus und guck mal, was du da eingetragen hast. Vor fünf Jahren, was hast du da gemacht? Wie hast du dort gearbeitet? Wie hast du vor fünf Jahren kommuniziert? Wie hast du vor fünf Jahren Beziehungen aufgebaut und gepflegt? Und vielleicht geht es dir ähnlich, wie es mir dabei ging, als ich mir selbst diese Frage gestellt habe, um einfach mal zu überlegen, okay, reden wir wirklich über eine gewisse Dramatik in dem gesellschaftlichen Wandel oder ist es einfach so ganz normal, hat sich das ganz normal weiterentwickelt? Und bei mir habe ich ehrlich gesagt festgestellt, wow, es ist eine ganz andere Erwartungshaltung, die wir heute an alle Dinge stellen. Ich erwarte zum Beispiel, dass wenn ich jemandem eine Nachricht schicke, dass das jetzt keine fünf Tage dauert, wie früher. Erinnern wir uns, als wir so einen Brief geschrieben haben? Schreiben wir ja heute noch an Behörden zum Beispiel, gibt es dann auch Briefmarken, also heute digital auf den Brief zu schreiben. Wenn ihr das kennt, sensationeller Hack. Ich habe eine App auf dem Handy von der Deutschen Post und dann kann ich da das Porto mit der Hand draufschreiben. Total abgefahren. Also Briefmarken sind einfach heute gar nicht mehr notwendig, brauche ich gar nicht mehr kaufen. Aber wir schreiben heute keine Briefe mehr. Wir schreiben E-Mails, wir schreiben Messenger-Nachrichten. Wir sind live. Das, was wir als besonders empfinden, wenn wir Fernsehen schauen und das ist eine Live-Show, sind wir in unserem wahren Leben die ganze Zeit. Wir sind die ganze Zeit online. Und diese Erwartungshaltung zieht sich durch alles hindurch. Ob das jetzt Kommunikation ist, ob das jetzt Dinge, die wir online bestellen sind, all das bedeutet für uns, wir wollen das eigentlich ziemlich zügig abwickeln. Wir wollen das ziemlich schnell alles haben. Und wir wundern uns dann und sind sehr unzufrieden, wenn zum Beispiel so ein Kundenerlebnis bei einem Unternehmen einfach nicht schnell ist. Also nehmen wir ein schönes Beispiel, was mich privat gerade beschäftigt. Nehmen wir das Thema Autokaufen oder Leasing. Du kannst bei einem deutschen Automobilhersteller heute natürlich ganz normal, wie vor fünf Jahren auch, ein Auto konfigurieren online. Nein, das dauert eine gewisse Zeit. Es erschließt sich auch nicht unbedingt, warum das eine Ausstattungsmerkmal rausfliegt, weil man ein anderes gewählt hat. Aber daran gewöhnt man sich dann. Also es ist dann irgendein Auto, was dann am Ende rauskommt. Und dann schickst du das alles ab und dann kannst du Verträge machen und so weiter. Das funktioniert halt auch alles digital. In der Regel gehst du aber nochmal in ein Autohaus vielleicht, um nochmal mit dem Verkäufer zu reden, um noch über den letzten Schliff deiner Konfiguration nachzudenken. Und dann kommt das Auto auch dann so 18 Monate später. Hast du das? Ich habe immer gedacht, wenn ich in einem Möbelhaus war und mir wurde dann gesagt, ja die Couch ist natürlich lieferbar, völlig klar. Drei, vier Monate haben sie das zu Hause. Ich will das aber jetzt einrichten. Und jetzt ist es natürlich aufgrund der Rohstoffknappheit auf der Welt, jetzt mit den Automobilen ganz genauso. Jetzt warte ich auch ewig. Es sei denn, du bestellst einen Tesla, so wie wir das jetzt gemacht haben, und konfigurierst das ungefähr in einer Minute online, schließt den ganzen Prozess an, hast eigentlich gar keinen Kontakt zu wirklichen Menschen. Kann man sich jetzt streiten, ob man es gut oder schlecht findet oder ob man den Kontakt jetzt auch gerade nicht braucht zu den Menschen, die dann irgendwie versuchen einen zu beraten. oder ob das alles irgendwie digital läuft. Und das, was ich erlebt habe, ist ein völlig anderer Fahrzeugkauf oder ein völlig anderes Fahrzeugleasing, also als ich das von früher kenne. Also überhaupt nicht aufgeregt, also aufgeregt, weil man sich vielleicht aufs Auto freut oder so, ja das schon, aber dieser ganze Prozess ist so völlig unaufgeregt. Und der geht einfach so durch. Er funktioniert einfach. Und das Auto ist in weniger als zwei Monaten da. So, und diese beiden Prozesse kann man jetzt mal nebenher stellen. Das heißt, was passiert jetzt eigentlich? Ich erlebe jetzt ein völlig neues Momentum eines Fahrzeugkaufs und erwarte natürlich auch, dass das in Zukunft so läuft. Und wo werde ich nicht einkaufen, wo das nicht so läuft? Also wenn ich Kunde irgendwo bin und bekomme etwas relativ Schnelles, die Messlatte natürlich relativ weit oben. Und dann werde ich wahrscheinlich nicht im Wettbewerb kaufen, der nicht so schnell ist. Und vielleicht hast du es gemerkt. Jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo es um den Titel dieser heutigen Podcast-Folge geht. Diese Alleinstellung macht jedes Startup-Geschäftsmodell erfolgreich. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause für einen wichtigen Hinweis an eigener Sache, denn ich möchte dich herzlich in die Genius Alliance University einladen. Mit der Genius Alliance University haben wir uns das Ziel gesetzt, einen partnerschaftlichen und vor allem vertrauenswürdigen Dialog zwischen Gründern, kleinen mittelständischen Unternehmen, Investoren sowie Top-Experten über die digitale Zukunft aufzubauen. Und damit in Zukunft digitale Technologien unserer Gesellschaft und Umwelt nützlich sein kann, kommt es darauf an, innovative und engagierte Unternehmer und Unternehmerinnen zu finden und zu unterstützen. Wir wollen dabei helfen, die hohen Eintrittsbarrieren zu überwinden, die durch immer komplexer werdende Technologien, fehlende Finanzmittel und mangelhafte Bildungsangebote verursacht werden. Auf der Genius Alliance University Plattform erwartet dich täglich neuer und vor allem kostenfreier Content, wie zum Beispiel die Shownotes zum Genius Alliance Podcast, Fachartikel zu den verschiedensten Themen, Ratgeber-Handouts, Präsentationen, unzählige Videos und Audios, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tutorials, aber auch Online-Kurse wie zum Beispiel mein Online-Kurs Podcast Mastery, in dem ich die Hacks zu diesem Podcast hier verrate und teile. Und in Zukunft wird es auch Live-Streamings geben. Aber das Beste kommt noch, denn zusätzlich bieten wir dir in unseren Masterclasses den direkten Austausch mit den besten Mentoren, die wir in Deutschland haben. Also Schluss mit dem Konsum von veralteten Wissenskonserven. Du lernst von echten Menschen, die sich Zeit für dich nehmen. Registriere dich jetzt gleich kostenfrei in der Genius Alliance University oder engagiere dich als Mentor oder als Experte bzw. Expertin. Du findest uns im Internet unter university.genius-alliance.com oder du folgst einfach dem Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Ich begrüße jeden persönlich und wünsche dir jetzt viel Spaß mit diesem Podcast. Und diese Alleinstellung ist Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist ein wesentlicher Aspekt in unserer heutigen Zeit geworden und damit ein Alleinstellungsmerkmal als Universalschlüssel, was ich auf jedes Produkt und in jede Branche adaptieren kann. Das heißt, und das verstehe ich, ich habe ja oftmals Beratungen von Startups, die mir ihren Pitch Deck schicken und dann geht es ziemlich schnell darum, ja, ist das Ganze jetzt irgendwie tragfähig? Wie sieht das aus mit dem Wettbewerb? Und so weiter und so fort. Ist unser Produkt wirklich um so vieles besser als das, was es schon gibt? Oder habe ich mit meinem Produkt vielleicht sogar eine Marktnische getroffen, wo es noch keine Lösung für gibt? Also wo ich tatsächlich ein Problem löse ohne Wettbewerb? Das ist natürlich ein Traum, wenn ich das schaffe. Aber in der Regel ist es so, dass ich mich in einem Markt aufhalte und auch nur ein Rad konstruiert habe und das Rad ist von irgendjemand anders mal erfunden worden und jetzt kann ich natürlich hergehen mit meiner Kommunikation und sagen, boah, dieses Rad hat einfach nur noch drei Speichen und ist noch stabiler als das Rad mit zehn Speichen. Oder ich gehe her und sage, wir können das Rad in sechs Stunden liefern. Wir können es für dich bauen und liefern in sechs Stunden. Und das ist das, worüber, oder das ist das, was ich heute als Impuls für dich habe, darüber mal nachzudenken, inwieweit kannst du in einer extrem hohen Geschwindigkeit liefern, schneller als jeder andere in deiner Branche? Ich kann mir jetzt gut vorstellen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich bin ein mittelständisches Unternehmen, recht groß, oder sogar ein Konzern, mit Geschwindigkeit kennen wir uns gar nicht gut aus, dann ist das natürlich total nachvollziehbar, dann empfehle ich unbedingt, ein Schnellboot zu bauen oder ein Startup zu kaufen. Startups haben den Riesenvorteil, dass sie natürlich enorm schnell sein können und dadurch natürlich perfekt geeignet sind als Übernahmekandidat für Großkonzerne. Also als Großkonzern würde ich mich her, oder kann auch ein großer Mittelständer sein, würde ich ein Scouting machen, da würde ich Jeans Alliance anrufen und sagen, pass mal auf, wir suchen Startups in unserer Branche, validiert mal, was der Markt hergibt und dann würde ich überlegen, wen ich davon übernehme. Das ist eine geniale Strategie, Unternehmen oder Startups zu übernehmen oder sich zu beteiligen, je nachdem, gibt es ja verschiedene Konstellationen und Konfigurationen, aber dass man diese Geschwindigkeit im Markt nutzt, wenn man sie nicht selbst erzeugen kann. Wenn du jetzt gerade am Anfang stehst und sagst, ich baue jetzt gerade ein Unternehmen auf, dann ist das Thema Geschwindigkeit unbedingt in den Fokus zu nehmen und zu sagen, okay, wie kann ich wirklich schnell dieses Produkt liefern? Weil nur darum, ich überziehe jetzt ein bisschen, geht natürlich nicht nur darum, aber nur darum geht es in unserer Gesellschaft heutzutage. Also den philosophischen Exkurs, ob das jetzt gut ist oder schlecht, das müssen wir in einer anderen Podcast-Folge machen. Aber es geht darum, dass wenn ich in Berlin eine Bestellung aufgebe, bei Amazon zum Beispiel, dass ich das am selben Tag haben möchte. Das erwarte ich einfach. Das erwarte ich aber nicht, wenn ich auf dem Land lebe. Da sage ich, okay, es darf am nächsten Tag kommen. Aber auch das wird sich ändern. Also gehen wir nochmal zurück auf unser Beispiel mit dem ganzen Thema Autokauf. Die deutsche Automobilindustrie, wirkliche Schlüsseltechnologie oder Industrie auch in der Welt, für uns natürlich unbedingt wichtig als Land. Wir sind darauf angewiesen. Wir müssen unbedingt darüber nachdenken, wie können wir schneller werden? Wie können wir dafür sorgen, dass dieses Kundenerlebnis auch schneller ankommt? Ich habe gerade das Tesla-Beispiel gebracht und das lässt sich wunderbar adaptieren auf verschiedene andere Branchen. Nehmen wir das Thema Hotellerie. Wie schnell und komfortabel kann ich mir ein Erlebnis in diesem Hotel buchen? Wie schnell kann ich, nehmen wir die Gastronomie, wie schnell kann ich einen Tisch reservieren? Wie schnell kann ich ein Arrangement buchen? Wie komfortabel ist das? Muss ich da lange suchen? Kommt das vielleicht irgendwie zu mir? Überrascht mich das vielleicht auf eine gewisse Weise? Und ist dieser Buchungsvorgang, der danach kommt, total unkompliziert? Ich möchte, und das ist das Besondere, wenn ich meine Kinder zum Beispiel sehe, dann sagen die, die sagen, wo ist denn das Ladekabel? Und dann wollen die nicht das Ladekabel haben, was sie irgendwo reinstecken, sondern sie wollen induktiv laden. Sie wollen das Handy drauflegen. Das ist der Unterschied. Wir sind noch so die Generation, wir müssen irgendwann noch Stecker reinstecken und die wollen das induktiv machen. Genau wie bei der Zahnbürste. Einfach draufstellen und dann lädt das Ding. Fertig. Und das ist aber so besonders, weil sie so etwas Unkompliziertes, einfach schneller. Oder nehmen wir das im Supermarkt. Ich finde es eine Katastrophe unter uns gesagt, weil das natürlich unfassbaren Müll produziert. Aber der Supermarkt reagiert auf das Bedürfnis der Kunden und schneidet und verpackt Obst in Form von Bechern to go. Du kaufst keine Melone mehr, sondern das Ding ist vorgeschnitten in irgendeine Plastikschale. Also wenn wir das irgendwie lassen könnten, wäre das großartig. Aber das zeigt einfach, die Leute wollen das nicht mehr nach Hause tragen und schneiden oder die wollen sogar unterwegs schon essen. Das ist diese Geschwindigkeit, die wir in diese Überlegung mit einbauen sollten. Das heißt, wenn du auch eine Mobile-Applikation gerade entwirfst oder eine Online-Plattform baust, überleg dir, wie kannst du die Geschwindigkeit herstellen? Jeder Klick, der zu viel ist, macht dich langsam. Also überleg dir, wie kannst du super schnell, wenn die App geöffnet ist, sofort ein Erlebnis herstellen, ohne dass man lesen muss und klicken muss und hier und da, sondern das vielleicht anders gestaltet. Also das lohnt sich auf jeden Fall, darüber nachzudenken. Bring Geschwindigkeit in deinem Business und in das Kundenerlebnis mit deinen Interessenten und dann wirst du erleben, dass dein Geschäftsmodell in jedem Fall erfolgreich sein wird und erfolgreicher als der Wettbewerb, der langsamer ist.